Servus, hier ist die Melita. Also für mich hat das neue Jahr 2025 bereits begonnen. Grund ist der Tierschutz bzw. der Tierschutzpartei zuliebe. Deswegen melde ich mich heute mit einem ganz besonderen Anliegen. Seit Jahren oder seit Jahrzehnten bin ich engagierte Tierschützerin und meine Videos dazu kennt ihr ja vielleicht. Nun hat sich meine liebe Tochter Stefanie Weiser dazu entschieden, für die Tierschutzpartei zu kandidieren und zwar als Direktkandidatin. Aber so ein Start ins Wahlrecht, in die Wahllandschaft, in die wählbaren Partei ist natürlich mit Hürden und Auflagen verbunden. Eine Auflage ist, sie muss dafür Direktunterschriften sammeln. Und zwar von Personen, von euch, wenn ihr im Landkreis Günzburg, Kronbach oder Neu-Ulm wohnt, da euren festen Wohnsitz haben habt. Dann dürft ihr uns nämlich mit einer Direktunterschrift dazu unterstützen. Und das ist die Auflage. Ja, Hürden gilt es zu nehmen. Nehmt einfach Kontakt mit mir auf unter militarweise.at-online.de oder aber direkt mit der Steffi Kontakt aufnehmen. Die Steffi, hier seht ihr sie auf dem Banner, unser Promotionstand. Die Steffi erreicht man unter stefanie-weiser.at-tierschutzpartei.de oder geht einfach auf meine Homepage www.70-plus.com Würde mich sehr, sehr freuen. Bitte unterstützt die Tierschutzpartei für die Bundestagswahl 2025. Tut was Gutes. Dafür ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße, eure Milita und Steffi. Tierschutzpartei will Ihnen. Tierschutz ist eine wichtige, gute Sache. Danke.